Es ist mir eine große Ehre, dass ich eingeladen wurde, zu euch zu sprechen aus Anlass dieses 100-jährigen Jubiläums der slowakischen evangelischen Kirche Augsburger Bekenntnis. Das ist eine Herausforderung. Ich habe ein großes Herz für die Slowakei. Ich war in vielen eurer Städte, nicht nur Bratislava, Kosice, Barnejo, Budinze und dann durch die Übertragung von Pro Christ waren es noch mehr Gemeinden, mit denen ich verbunden war. Und das hat mein Herz für die Slowakei richtig heiß gemacht. Deshalb bin ich stolz, dass ich mitwirken darf bei diesem großen Jubiläum und wünsche euch Gottes Segen. Es war spannend. Ich hörte dann, dass vor 100 Jahren, als eure Kirche aus 1921 gegründet wurde, der damalige Generalbischof Jur Janoschka einen Predigtext gewählt hat, der total außergewöhnlich ist. Er hat über den Judasbrief gepredigt. Das ist ein ganz kurzer. Er besteht nur aus einem Kapitel und das sind 25 Versen, den kann man ganz schnell lesen. Und er hat dort die Verse 17 bis 22 genommen und darüber gepredigt. Als ich das hörte, habe ich spontan gesagt, diesen Bibeltext nämlich auch. Leider, muss ich sagen, habe ich die Predigt von Bischof Janoschka nicht hören können. Ich weiß also nicht, was er gesagt hat. Vielleicht könnt ihr das irgendwie lesen und vergleichen, aber das soll mich gar nicht so sehr bewegen. Ich finde nur, es ist einzigartig, dass ein Bischof zur Gründung seiner Kirche einen solchen Text nimmt, den die meisten Christen gar nicht so richtig kennen. Römer 1 hätte man nehmen können oder andere Texte im Neuen Testament. Da hätte jeder gewusst, was da steht. Aber Judasbrief, da müssen manche nachdenken, wer war das denn überhaupt? Welcher Judas ist da? Da denken die meisten an Judas Ischariot. Nein, der kann es nicht gewesen sein. Und dass es ein Bruder, also ein Halbbruder von Jesus ist, darauf kommen viele Christen nicht und wissen das gar nicht. Also ich habe mir gleich gesagt, das reizt mich, schon deshalb, weil ich noch nie in meinem Leben über diesen Judasbrief gepredigt habe. Also habe ich mich an die Arbeit gemacht, habe sorgfältig die Bibel gelesen, habe diesen Bibeltext auf mich wirken lassen, haben gesagt, Herr, was sagst du mir? Und dann immer den Gedanken gehabt, was bedeutet das für unsere evangelischen Kirchen? Und das ist eine wirklich spannende Sache und ich möchte mit euch diesen Judasbrief jetzt lesen. Vor allen Dingen die Verse 17, ich nehme mal die 17 bis 23. Aber um das zu verstehen, muss man durchaus vorne anfangen. Und ich wünschte mir, dass sie jetzt alle eine Bibel vor sich haben. Ich weiß nicht, ob das bei ihnen üblich ist, dem Gottesdienst, dass sie ihre eigene Bibel mitbringen und die aufschlagen, wenn der Pfarrer predigt und einen Bibeltext auslegt, dass sie selber verfolgen, was steht da und was sagt er dazu. Bei uns in Deutschland findet man das ganz selten in den evangelischen Kirchen. In Asien, in Indien habe ich das oft erlebt. Auch in Afrika. Das ist eigentlich fast normal, dass die Leute mit ihren schönen großen Bibeln kommen und alles, was gelesen wird im Gottesdienst bei den Schriftlesungen und auch natürlich vor allen Dingen bei der Predigt, da haben sie die offene Bibel vor sich und lesen mit. Und da sind wir eigentlich schon bei einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Wir feiern das Jubiläum einer evangelischen Kirche augsburgischen Bekenntnisses. Das war ein Herzensanliegen der Reformation vor 500 Jahren, dass die Menschen, die sich Christen nannten, jetzt auch wirklich die Bibel gelesen haben. Denn das war überhaupt nicht üblich. Zum Teil gab es, gab es ja Zeiten in der Kirchengeschichte, da haben die Oberen in der Kirche es geradezu verboten, den Leuten die Bibel zu lesen, weil sie dachten, ja, da kommt dann jeder auf seine eigenen Gedanken und wer weiß, was daraus wird. Und nein, nein, sie sollen die Bibel nicht selber lesen, sondern sie sollen nur das wissen, was wir ihnen darüber sagen. Und so wurden Christen unmündig gehalten und konnten nicht mehr beurteilen, ob das, was die Kirchenleitungen taten, ob das eigentlich im Sinne des Wortes Gottes war, ob das Jesus gemäß war oder ob das irgendetwas Eigenmächtiges war. Und es war oft sehr von der Spur von Jesus weg. Und deshalb war die Reformation ja auch eine Bewegung, die gesagt hat, zurück zur Heiligen Schrift. Und Martin Luther hat dafür gearbeitet, dass die Bibel übersetzt wurde, neu aus den Ursprachen, Hebräisch und Griechisch, in die Sprachen der Menschen, die sie verstehen konnten. Das war dann in der Reformationszeit in das Deutsch, das man damals sprach und in die slowakische Sprache übersetzt. Das ist eine Leidenschaft in den evangelischen Kirchen. Die Menschen sollen die Bibel selber lesen. Ja, wir haben Pastoren, ich bin auch einer, und wir legen die Bibel aus. Aber es ist uns wichtig, dass Christen mündig sind und dass sie beurteilen, was sie hören. Auch was ich sage, da bitte ich ausdrücklich darum, das prüfen Sie das bitte an der Heiligen Schrift, ob das wirklich das Wort Gottes ist oder nicht. Also eigentlich möchte ich jetzt eine Pause machen, dass Sie gehen können noch und sich Ihre Bibel holen. Aber ich weiß ja nicht, wie Sie das jetzt sehen. Zu irgendeiner Zeit, vielleicht haben Sie auch ein Apparat, wo Sie jetzt gerade mal auf den Knopf drücken können und Pause schalten. Und jetzt gehen Sie und holen sich eine Bibel, um mitlesen zu können, was wir jetzt miteinander betrachten. Also Sie finden den Judasbrief, der ist ziemlich klein, also nicht so einfach. Ganz hinten im Neuen Testament, in der Lutherbibel, ist das letzte kleine Büchlein vor der Offenbarung des Johannes. Also sehen Sie es und wir schauen mal erst in die ersten Verse dieses Judasbrief. Da heißt es, Judas, ein Knecht Jesu Christi und Bruder des Jakobus, an die Berufenden, die geliebt sind, in Gott, dem Vater und bewahrt für Jesus Christus. Gott gebe euch viel Barmherzigkeit und Frieden und Liebe. Also Judas, wer ist Judas? Das Erste, was er sagt und was ihm wichtig ist, ist ein Knecht des Jesus Christus, des Messias Jesus. Und dieses Wort Knecht, weiß nicht, wie Sie es in der slowakischen Sprache wiedergeben, im griechischen Urtext steht da Doulos, das heißt Sklave. Er will sagen, ich bin total abhängig von Jesus. Ihm will ich gehorchen und das sollt ihr wissen, wenn ihr jetzt lest, was ich euch schreibe. Und als zweites nennt er sich den Bruder des Jakobus. Er erklärt gar nicht weiter, wer ist dieser Jakobus, der war nämlich sehr bekannt damals. Das war der Leiter der ersten Gemeinde in Jerusalem. Und es war der Bruder von Jesus. Hatte Jesus Brüder? Wir lesen das in Matthäus 13, Vers 55. Da kommt die Familie zu Jesus. Sie ärgerten sich an Jesus, heißt es da ausdrücklich. Die glaubten überhaupt nicht an ihn. Und da wird genannt Jakobus, Josef, Simon und Judas. Also vier Brüder werden genannt. Man sagt Halbbrüder, weil Jesus war empfangen vom Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Und die anderen Brüder waren weibliche Geschwister von Josef und Maria. So, also zunächst glaubten die gar nicht an Jesus. Es heißt doch mal in den Evangelien, sie dachten, er wäre von Sinnen, also er wäre verrückt. Irgendwie durchgedreht und wollten sie ihn nach Hause holen. Aber später sind sie zum Glauben an Jesus gekommen. Und sie haben eine entscheidende Rolle gespielt. Der Jakobus eben, wir lesen eine Apostelgeschichte von ihm und dann kennen wir den Jakobusbrief. Er hat eine entscheidende Rolle in der ersten Christenheit gespielt. Von Judas wissen wir sonst nicht so viel, aber hier dieser kleine kostbare Brief ist uns von ihm überliefert. So, wie geht es weiter? Warum schreibt er diesen Brief? Es heißt in Vers 3, ihr Lieben, nachdem ich ernstlich vorhatte, euch zu schreiben von unser aller Heil, hielt ich es für nötig, euch in meinem Brief zu ermahnen, dass ihr für den Glauben kämpft, der ein für allemal den Heiligen überliefert ist. Also sein erstes Vorhaben war, dass er von unser aller Heil schreiben wollte. Also richtig die Grundlagen des Evangeliums, dass Gott Mensch geworden ist, in Jesus geboren von der jungen Frau Maria, dass er dann getauft wurde von Johannes, dass er gepredigt hat, dass er geheilt hat, dass er dann gelitten hat, gequält wurde, gekreuzigt wurde und begraben wurde, dass er am dritten Tag auferstanden ist, den Jüngern und den Frauen begegnet ist, 40 Tage lang und dass er dann am 40. Tage erhöht zur Rechten Gottes am Himmelfahrtstag und dass er gesagt hat, er wird wiederkommen, zu richten die Lebendigen und die Toten und dann den neuen Himmel und die neue Erde zu schaffen, wir werden uns auferwachen. Das ist das, die ganze Rettung, das ganze Evangelium. Und Judas sagte, das habe ich vorgehabt, dass ich zuerst euch das ganze Evangelium so schreibe. Aber, dann sagte er, nachdem ich das zuerst vorhatte, hielt ich es für nötig, euch in meinem Brief zu ermahnen, dass ihr für den Glauben kämpft. Wieso? Was war da los? Ist da was passiert, dass er jetzt plötzlich nicht mehr nur das positive Evangelium darstellt, sondern auch gegen Feinde und gegen Kritiker und Verfälschungen und Irrlehren ankämpfen muss und die Christen ermahnen, dass sie jetzt nicht auf falsche Wege kommen? Wie ist das? Nennen Sie, wir haben das ja alle nicht so gerne. Die Religionen streiten zu viel. Und alle sagen, guck mal, was daraus geworden ist. Manche sagen, die Religionen und ihr Streit, das ist ja die Ursache für die meisten Kriege in der Welt und das ist ja sowas Schlimmes, das sollte nicht sein. Lass doch jeden glauben, was er will. Jeder kann ja für sich glauben, was er will, aber streitet doch nicht darüber. Wollt ihr denn Rechthaber sein? Das ist, heute klingt das nicht schön, wir möchten das nicht und sie möchten das ja sicher auch nicht. Und ich bin überzeugt, damals war das genauso, denn es gab damals im ersten Jahrhundert im Römischen Reich ganz viele verschiedene Religionen und die Gesellschaft war interessiert, dass man halbwegs friedlich miteinander lebte und deshalb waren alle, die zu sehr darauf pochten und sagen, ich habe die Wahrheit oder das ist die Wahrheit, die für alle gilt, die waren nie sehr beliebt. Und das ist heute natürlich im 21. Jahrhundert erst recht nicht in Europa. Ich vermute, das ist in der Slowakei nicht anders als im Rest Europas. Also warum dreht Judas plötzlich so um und sagt, ich wollte positiv euch das Evangelium von der Rettung durch Jesus erklären, aber ich habe mich dann entschlossen, euch zu ermahnen, dass ihr kämpft für den Glauben, der euch ja übergeben worden ist, den ihr gelernt habt, auf den ihr vertraut. Was ist denn da? Nun, zunächst einmal möchte ich sagen, dass das ja also nichts Neues ist, nicht im 20. und 21. Jahrhundert, es hat solche Konflikte gegeben, sondern auch im Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 1, schauen Sie das mal nach. Da sagt Paulus ausdrücklich, ich möchte, dass er wisst, warum wir kämpfen um euch, um die Gemeinden. Auch da geht es genau darum, es war nicht selbstverständlich, es gab Gegensätze, es gab Widersprüche, es gab Irrlehren von außen und von innen und Paulus kämpft um das Evangelium, um die Wahrheit des Evangeliums. Nicht, weil er Recht haben wollte und Dickhopfer, sondern weil er wusste, Jesus allein ist der Retter. Und das war ja die Botschaft, die die Reformation wieder entdeckt hat vor 500 Jahren. Jesus allein ist der Retter. Und wer ist Jesus und woher kennen wir ihn? Wir kennen ihn nur aus der Bibel. Sie ist das Dokument der Offenbarung Gottes. Und wenn da was verdreht und verfälscht wird und wenn die Leute die Bibel nicht mehr kennen und auch nicht mehr lesen, dann ist Gefahr im Verzug. Und das hat der Judas gesehen, hat er gesagt, ja, ich möchte gerne das Evangelium verkünden. Das Positive, eine rettende Nachricht von der Liebe Gottes und dass er in Jesus gekommen ist und so sehr liebt, dass er für uns am Kreuz gestorben ist. Aber das ist nicht irgendwie ein Gefühl nur, sondern ich will euch auch erzählen, was da wirklich passiert ist, was Gott wirklich tut, denn das alleine rettet. Er sagt dann hier in Vers 4, warum er das tun will. Vers 4, denn es haben sich einige Menschen eingeschlichen, über die schon längst das Urteil geschrieben ist, Gottlose sind sie, missbrauchen die Gnade unseres Gottes für ihre Ausschweifung und verleugnen unseren alleinigen Herrscher und Herrn Jesus Christus. Das heißt, es gab Widerspruch von außen, das lesen wir in der Apostelgeschichte, wenn das Evangelium verkündet wird, gab es auch immer Leute, die dagegen waren und sagen, es ist alles Lüge, es ist alles Mist, brauchen wir nicht. Das war zum Teil sehr hart, es gab dann Verfolgung. Lesen Sie mal die ersten beiden Städte in Europa, Philippi und Thessaloniki, wie hart die Verfolgung war für die Boten des Evangeliums. Also da gab es nicht nur offene Türen und Bereitwilligkeit zu glauben, sondern es gab auch Ablehnung von außen. Aber hier sagt er, die größere Gefahr ist eigentlich, sie haben sich eingeschlichen. Das heißt, es gibt auch Feinde von innen, die gehören dazu, die halten sich dazu. Die sagen, ja, wir folgen auch Jesus nach. Und was sagt er dann? Er sagt einmal, ihre Lebensweise ist schlimm, also ausschweifendes Leben heißt es da. Das ist immer die Gefährdung von uns Menschen. Die Habgier, das Haben-Wollen oder die Machtgier, das Gelten-Wollen. Also auch in Kirchen ist das so und gemein passiert das. In frommer Verkleidung passiert das noch viel leichter. Macht, Missbrauch, Durchsetzen, also Habgier und Machtgier, aber auch Sexgier. Ich weiß nicht, wie das in Ihrem Lande ist. Bei uns, da wird gerade viel, viel Kritisches darüber gesagt, wie viel sexuellen Missbrauch es nicht nur in der Gesellschaft gibt, sondern auch in Kirchen. Und da ist keine Kirche frei davon, evangelischen und katholischen Kirchen, auch Freikirchen, das ist so bitter, dass auch Sexualität eine Gier entfassen kann, die Menschenleben zerstört und missbraucht. So sagt er hier, das ist ihre gottlosen, begierden Kennzeichen. Die sagten dann, ist alles nicht so schlimm, ist alles nicht so schlimm. Und es wird hier gesagt, dass sie die Gnade, sie missbrauchen die Gnade unseres Gottes. Das heißt, es gibt ja Vergebung, ist alles nicht so schlimm. Dietrich Bonhoeffer, den die Nazis umgebracht haben, ein Märtyrer für den evangelischen Glauben, der hat einmal das hart kritisiert und hat gesagt, ja, es gibt eine billige Gnade, die wird einfach so verschleudert. Du kannst bleiben, wie du bist. Du bist schon in Ordnung. Gott vergibt dir und Gott ist gnädig. Das ist Verfälschung der Gnade. Das war damals also schon so. Und dann heißt es hier, sie verleugnen unseren alleinigen Herrscher und Herrn Jesus Christus. Die sagten möglicherweise, er muss doch nicht so eng sein, dass nur Jesus allein rettet. Ich meine, alle glauben irgendwie an Gott, die verschiedenen Religionen. Und lasst doch jeden auf seine Weise an Gott glauben. Sie verleugnen unseren alleinigen Herrscher und Herrn Jesus Christus. Ganz starke Ausdrücke. Also das war das Problem. Und deshalb sagt Judas, deshalb kann ich jetzt nicht nur positiv das Evangelium euch darstellen, sondern wenn ich ja sage, muss ich auch nein sagen. Ich muss euch auch darauf hinweisen, es gibt Irrlehren. Es gibt Verfälschungen und es gibt nicht nur Gegner der Botschaft von Jesus Christus von außen, von außerhalb der Kirchen, sondern auch innen. Nun kenne ich die Situation in der Slowakei nicht so genau und auch die Situation in ihrer evangelischen Kirche nicht so genau, dass ich dazu irgendetwas sagen kann. Ich kenne die Situation in meiner evangelischen Kirche in Deutschland. Wir haben da ziemlich auch Konflikte, auch große Nöte, die viele Leute verwirren, um die, genauso wie Judas das hier schreibt, wer ist Jesus? Ist er wirklich auferstanden? Ist Jesus allein der Retter? Gibt es nicht auch andere Möglichkeiten? Gelten die Gebote Gottes wirklich? Oder muss man das heute im 21. Jahrhundert anders sehen? Das haben wir als heftige Diskussion. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist. Jedenfalls bei Judas muss es so gewesen sein, in der damaligen Zeit. Es ist fast etwas tröstlich, dass wir kapieren können, es ist also nichts Neues. Und in der Bibel können wir sehen, dass wenn solche Gefahren drohen und solche Anfeindungen da sind, dann muss man kämpfen. Und deshalb sagt er, ich habe mir überlegt, euch zu ermahnen, um den Glauben zu kämpfen. So, und dann kommen einige Verse bis Vers 16, das können Sie ja mal lesen, wo Judas zunächst einmal sagt, achtet darauf, es geht hier nicht um Kleinigkeiten, in der ganzen Geschichte Gottes mit Israel hat Gott immer wieder auch scharfes Gericht gehalten, an seinem eigenen Volk, aber auch an den Völkern, wenn es um Lügen, um falsche Lehre ginge, um etwas, was nicht der Wahrheit der Offenbarung Gottes entsprach. Und er nennt eine Reihe von solchen schroffen Gerichten, um zu warnen und zu sagen, es ist ja kein Kinderspiel, es geht hier nicht um irgendwelche Nebensächlichkeiten. So, und dann kommt der Text, über den Bischof Jury Janoschka gepredigt hat. Und den will ich jetzt mit Ihnen noch angucken. Und das ist die Verse 17 bis 23. Und die lese ich jetzt erst mal im Zusammenhang und dann schauen wir uns das Stück für Stück an. Also Vers 17. Ihr aber, meine Lieben, erinnert euch der Worte, die zuvor gesagt sind von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus, als sie euch sagten, dass zu der letzten Zeit Spötter sein werden, die nach ihren eigenen gottlosen Begierden leben. Diese sind es, die Spaltungen hervorbringen, Niedriggesinnte, die den Geist nicht haben. Ihr aber, meine Lieben, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist und erhaltet euch in der Liebe Gottes und wartet auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben und erbarmt euch derer, die zweifeln. Andere reißt aus dem Feuer und rettet sie. Andere erbarmt euch in Furcht und hasst auch das Gewand, das befleckt ist vom Fleisch. Das ist ein sehr, sehr dichter Text. Der Kirchenvater Origenes, der lebte im 2. und 3. Jahrhundert, er ist im Jahr 253 gestorben und lebte in Alexandria. Das war damals eine der großen zentralen Städte, die größte Bibliothek der damaligen Welt war in Alexandria. Und da waren lebendige Gemeinden. Und der Origenes hat über den Judasbrief einmal geschrieben, es sind wenige Zeilen, aber reich an kräftigen Worten der göttlichen Gnade. Wenige Zeilen, aber reich an kräftigen Worten der göttlichen Gnade. Das wollen wir jetzt mal sehen. Und jetzt habe ich eine riesige Aufgabe vor mir. Ich hoffe, dass es gut geht. Ich möchte Ihnen in diesem Bibelworten acht Hinweise für eine lebendige Kirche zeigen. Die, glaube ich, die stehen hier drin. Acht Hinweise für eine lebendige Kirche. Und das wäre ja mal interessant für ein Reformationsjubiläum, 100 Jahre, slowakische evangelische Kirche, dass man sagt, wie wird unsere Kirche neu und lebendig vom Wort Gottes her. Das heißt Reformation. Durch nach dem Wort Gottes und aus der Kraft des Wortes Gottes reformierte Kirche, erneuerte, von innen her neu gestaltete Kirche. Nun, ich weiß, was ich jetzt vorhabe, ist fast unmöglich. Acht Hinweise kann niemand behalten. Deshalb, mein Tipp ist, nehmen Sie sich einen Stift und ein Blatt Papier oder hören Sie diese Predigt mehrmals und stoppen Sie jeweils nach jedem Punkt und lesen Sie vor allen Dingen immer auch den Bibeltext mit und sehen Sie, jeder Hinweis ist weg. Ich könnte über jeden dieser acht Hinweise eine Stunde lang zu Ihnen reden. Das will ich nicht, sondern nur wenige Minuten, ein paar Stichworte und ich hoffe, dass Sie es in sich arbeiten lassen und vielleicht auch in den Gemeinden über die acht Punkte neu nachdenken. Denken Sie daran, der Gründer, Generalbischof Jujanoschka, hat beim Beginn ihrer evangelischen Kirche diesen Text ausgelegt. Ihm lag offensichtlich daran, dass Sie in der Slowakei begreifen, was hier das Wort Gottes sagt. Erstens, in Vers 17. Ihr aber, meine Lieben, erinnert euch der Worte, die zuvor gesagt sind von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus. Erstens heißt, lest die Bibel. Genau das ist es nämlich. Was steht in der Bibel? Neuen Testament ist das, die Lehre der Apostel, die die Augenzeugen des Lebens und Sterbens und der Auferstehung von Jesus waren. Und als an Pfingsten die erste Gemeinde in Jerusalem entstand, da lesen wir, nachdem sie sich bekehrt hatten und Jesus angenommen hatten, Vergebung der Sünden empfangen hatten und getauft worden waren, da lesen wir, sie blieben aber beständig in der Apostellehre. Und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet, ja. Aber in der Apostellehre. Wir haben die Lehre der Apostel in der Bibel. Alten und Neuen Testament. Denn genau das, das Neue Testament, war damals am Anfang ja noch gar nicht geschrieben. Das heißt, sie haben die Schrift ausgelegt, das Alte Testament, und haben gezeigt, wie Jesus es gesagt hat, wie er es den Emmausjüngern gesagt hat. Von Mose und den Propheten erzählt die ganze Bibel von Jesus und weist auf ihn hin, dass er kommt, leiden muss und auferstehen und so zur Herrlichkeit wird. Das heißt, so haben die Apostel erklärt, wie aus der Geschichte Gottes, aus seiner Offenbarung, wie sie im Alten Testament dokumentiert ist, dass Jesus jetzt vorgestellt hat. Was er gesagt hat, was er getan hat, wie wir es in den vier Evangelien lesen und was das für Folgen hat, wie wir es in der Apostelgeschichte und in den Briefen der Apostel liegen. Nun, die Apostel des Herrn Jesus Christus, das sind die Leute, die machen einen Unterschied zu allen anderen Gläubigen, die später kommen. Wir reden heute von Aposteln im Sinne von Missionaren. Gesandt heißt das ja eigentlich und sagen dann, Gemeindegründer sind Apostel. Ja, das kann man auch so gebrauchen, wird auch in der Bibel manchmal so gebraucht. Aber es gibt auch diesen ersten Begriff der Apostel, das sind die Augenzeugen des Lebens von Jesus und seines Sterbens und seiner Auferstehung. Zu ihnen hat Jesus gesprochen in den 40 Tagen nach der Auferweckung. Und deshalb, wir wissen von Jesus nur durch ihre Verkündigung. Und wenn wir die Bibel lesen, ist das die Lehre der Apostel. Neulich hörte ich einen sehr einflussreichen Christen international, der sagte, in Europa gibt es so etwas wie biblische Magersucht, Anorexia, also Unterernährung. Die Christen lesen die Bibel nicht. Lesen sie sie? Oder überlassen sie es nur ihrem Pfarrer? Wenn man die Bibel nicht selber liest, dann ist man nicht urteilsfähig. Zu wissen, wer ist Jesus, erfahren wir nur aus der Bibel. Warum ist er es? Deshalb müssen wir das Alte Testament kennen. Die Prophetie auf Jesus hin, vom leidenden Gotteslicht, vom Messias. Und was es für Konsequenzen hat, dass Jesus die Offenbarung Gottes ist und dass er wiederkommen wird und dass er tatsächlich auferstanden ist. Wir lernen es, indem wir die Bibel lesen. Und die Reformation war eine Bibelbewegung. Damals wurden dann die Bibeln gedruckt. Dank der Presse, der Druckerpresse von Gutenberg, gab es eine Medienrevolution. Und jetzt konnten die Bibeln in großer Stückzahl gedruckt werden, sodass jeder im Haus eine Bibel haben konnte. Das war erst noch ganz schwierig, die waren ja teuer. Wir leben im Augenblick auch wieder in einer Medienrevolution. Es gibt viele Möglichkeiten. Ich rede zu Ihnen über Fernsehen und wir vermitteln das über Internet. Wir haben enorme Möglichkeiten heute. Ich lese meine Bibel auf meinem Handy. Und man kann so viel heute machen. Es hat keiner einen Grund zu sagen, er könnte nicht die Bibel lesen. Es gibt sie in Blindenschrift. Und wer nicht liest, der kann ein Knopf im Ohr haben und kann eine Hörbibel haben, wo der Bibeltext ihm vorgelesen wird. Das heißt, lest die Bibel. Das ist der erste Hinweis für eine lebendige Kirche. Und jetzt mögen sie selber beurteilen, wie das in ihrem persönlichen Leben, in ihrer Gemeinde, in ihrer Kirche, in der Slowakei aussieht. Und jetzt kommt das Zweite. Vers 18 und Vers 19. Das Zweite heißt, also erstens lest die Bibel und zweitens, Achtung, Gottes Wort ist umstritten. Das ist das Zweite. Wir lesen. Also, lest, erinnert euch an die Worte der Apostel unseres Herrn Jesus Christus, als sie zu euch sagten, dass zu der letzten Zeit Spötter sein werden, die nach ihren eigenen gottlosen Begierden leben. Diese sind es, die Spaltungen hervorrufen, Niedriggesinnte, die den Geist nicht haben. In der letzten Zeit, was ist das? Nach der biblischen Verständnis beginnt die letzte Zeit, also vor der Vollendung der Geschichte, mit der Himmelfahrt von Jesus. Zwischen der Himmelfahrt von Jesus und seiner Wiederkunft, wenn er die Toten aus den Gräbern ruft und das Weltgericht hält und den neuen Himmel und die neue Erde schafft. Dazwischen, das ist die letzte Zeit. Wir leben also in dieser letzten Zeit. Und er sagt, die Apostel haben das angekündigt. Auch Jesus selber, lesen Sie Matthäus 24, hat das angekündigt. Es werden falsche Propheten kommen, falsche Christusse. Und hier heißt es, es werden Zeiten sein, wo Spötter kommen. Das kann man heute bei uns jedenfalls sehr gut beobachten. Die Kritiker des christlichen Glaubens von draußen und von drinnen in der Kirche, die machen das zunächst einmal lächerlich. Was man kaputt machen will, das macht man zuerst einmal lächerlich. Willst du ernsthaft glauben, dass es eine Jungfrauengeburt gibt? Hast du das schon mal erlebt? Glaubst du wirklich, dass Jesus vom Tod auferstanden ist und dass das Grab leer war? Und Himmelfahrt, meinst du, dass er da wirklich in den Himmel gefahren ist, wenn man das fotografiert hat? Meinst du, da hättest du was gesehen? So, so machen die Kritiker zuerst einmal das Evangelium lächerlich, sodass man zusammenzuckt und sagt, naja, das hört sich alles komisch an, soll ich das noch glauben? Es sind Spötter, heißt es hier, und sie leben nach ihren gottlosen Begierden. Ja, das ist das. Habgier, Machtgier, Sexgier. Das sind die drei Bereiche, wo Begierden ausgelebt werden, wo Menschen nicht mehr nach Gott fragen. Das kennzeichnet unsere Gesellschaft und wir halten das für große Errungenschaften und sagen, so ist die Zeit eben, wir sind nicht mehr so prüde wie in früheren Jahrhunderten. Ja, ist nichts Neues, Judah sagt. Das kennzeichnet ihr Leben. Und sie trennen sich, sie rufen Spaltungen hervor, sie sagen, wir müssen das alles anders machen. Sie führen dazu, dass Zerrissenheit in den Gemeinden ist, weil viele sagen, ja, was soll ich dagegen sagen, weiß jetzt auch nicht. Und bei uns ist es, selbst unter uns Pfarrern in Deutschland sind wir überhaupt nicht einig in diesen Dingen, das verwirrt die Gemeinden umso mehr. Spaltungen, ja. Es war damals auch niedrig gesinnt, da heißt es in meiner Lutherbibel, da heißt es im Griechischen die Psychikoi, das sind die seelischen, also die nur von ihren Gefühlen her, von ihren Neigungen her, von ihren menschlichen Vorstellungen her bestimmt sind. Ich weiß nicht, wie das in der slowakischen Bibel übersetzt wird. Und dann heißt es ja, die den Geist nicht haben. Das ist halt eine schwierige Sache. Wie kann man beurteilen, ob jemand den Heiligen Geist hat oder nicht hat? Das ist doch ein bisschen gewagt, das zu beurteilen. Nun, ich möchte vorsichtig sein, jemanden abzusprechen, dass er den Heiligen Geist hat. Aber Jesus hat selber, das können Sie in Johannes 14, Johannes 14, Vers 26, da können Sie das nachlesen. Da sagt er, der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird, in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das heißt, daran erkennt man den Heiligen Geist, dass er uns an alles erinnert, was Jesus gesagt hat. Deshalb kann man das, was aus dem Heiligen Geist geredet ist, wenn jemand sagt, ich rede, der Heilige Geist hat mir eingegeben, ich rede, dann schlagen wir die Bibel auf, lesen die Evangelien, was hat Jesus gesagt. Wenn das, was jemand sagt, dem biblischen Wort, dem Wort von Jesus widerspricht, ist es nicht vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist erinnert an das, was Jesus gesagt hat. Wenigstens das ist ein Maßstab, den Judas uns hier gibt und den Jesus selbst seinen Jüngern gegeben hat. Also, Achtung, Gottes Wort ist nicht umstritten. Das Dritte ist jetzt, Baut euer Lebenshaus auf festes Fundament. Vers 20. Ihr aber, meine Lieben, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben. Richtig, baut euer Haus, steht da. Baut euer Lebenshaus. Auf euren allerheiligsten Glauben. Was ist denn das? Kann ich mein Lebenshaus auf meinen Glauben bauen? Nun, ich weiß nicht, wie das in der slowakischen Sprache ist. In der deutschen Sprache ist das Wort Glauben doppeldeutig. Es beschreibt einmal das, was ich glaube. Also meine Haltung. Ich glaube etwas und halte es für wahr und richte mich danach. Aber das ist meine Meinung und meine Vermutung. Und jetzt ist es, die andere Bedeutung heißt, woran glaube ich? Was ist der Inhalt? Worauf verlasse ich mich? Also nicht nur wie glaube ich, meine Haltung, sondern was glaube ich? Woran glaube ich? Worauf vertraue ich? Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Ganz viele Leute in unserer Zeit glauben, dass mit dem Tod alles aus ist. Wir sind ja auch interessiert daran und so, keine Verantwortung mehr. Schluss, da haben wir all die Probleme nicht. Niemand fragt ihn mehr. Mit dem Tod ist alles aus. Das ist ein Glaube. Und viele leben jetzt und verlassen sich, dass es so ist. Sie werden feststellen, wenn sie hier sterben und die Augen schließen, dass sie sich getäuscht haben. Denn Jesus, der weiß, wovon er redet. Der ist auferstanden vom Tod. Der kommt aus Gottes Welt. Der ist der Einzige, der weiß, was jenseits der Todesgrenze wirklich passiert. Und der sagt, nein, du wirst dich nicht los. Es ist nicht alles aus. Du wirst dem Richter, dem lebendigen Gott, der dich geschaffen hat und erhalten hat, dem wirst du begegnen. Und er wird fragen, was hast du mit dem Leben gemacht, das ich dir geschenke. Das wird eine Enttäuschung sein und ein Erwachen. Sie haben geglaubt, mit dem Tod fährt alles aus. Aber ihr Glaube war kein heiliger Glaube. Er war nicht wahr. Heilig heißt, er kommt ganz und gar von Gott. Er hat die Autorität Gottes. Er hat die Wirklichkeit Gottes. Der allerheiligste Glaube. Das ist das, was Gott selbst offenbart hat, weil er allein weiß Bescheid. Und er sagt uns durch Jesus, worauf wir uns wirklich verlassen können. Dass Gott uns geschaffen hat, dass er der Erhalter ist, dass er uns erlöst durch Jesus, den Gekreuzigten und Auferstanden, und dass er wiederkommen wird und dass er Gericht halten wird, und dass wir alle vor ihm stehen werden. Ob wir das geglaubt haben oder nicht, spielt gar keine Rolle. Wir werden es erleben. So, und jetzt sagt er, natürlich, es war damals wie heute. Judas muss sagen, es gibt eine Menge Leute, die sagen, ach, was ihr da glaubt über Jesus, ist alles doch Quatsch. Das ist ganz anders. Müsst ihr euch folgendermaßen vorstellen. Nein, sagt er, baut euer Lebenshaus auf den allerheiligsten Glauben. Und der Glaube, das ist das, was innerlich über Jesus beschrieben ist in der Bibel. Seit der alten Kirche ist das ganz knapp zusammengefasst worden in dem apostolischen Glaubensbekenntnis. Weil ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Jesus, seinen Sohn, empfangen durch den Heiligen Geist und dass er am Kreuz gestorben ist, unter Pontius Pilatus, gelitten, gestorben, begraben, auferweckt. Er ist ins Reich des Todes gegangen. Er wird kommen, zu richten die Lebendigen und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die Vergebung der Sünden, die Gemeinschaft der Heiligen, an das ewige Leben. Im apostolischen Glaubensbekenntnis, ich weiß nicht, ob das in Ihren Gottesdiensten auch gesprochen wird, das soll man nicht einfach nur so her sagen, das ist der Inhalt, der kompakte Inhalt, dessen, darauf darf ich mich verlassen. Das war damals schon unsicher. Glaube ist nicht irgendein Gefühl, sondern eine klare Information. Durch Jesus haben wir Informationen. Baut euer Lebenshaus darauf. Die Offenbarung Gottes in der Bibel liefert uns das Fundament. Jesus ist das Fundament. Und jetzt das Vierte. Betet im Heiligen Geist. Vers 20, im zweiten Teil heißt es, und betet im Heiligen Geist. Nun, ich weiß nicht, wie Sie beten. Beten Sie überhaupt persönlich? Beten Sie nur in der Kirche? Vaterunser? Lassen Sie den Pastor beten, das ist alles gut. Beten Sie persönlich? Ich bete oft Psalmen, das hilft mir sehr. Aber ich finde es toll, dass ich auch sehr persönlich reden darf, über meine Sorge und meine Dankbarkeit sagen kann. Als Kind darf ich zum Vater sprechen. Und hier heißt es, betet im Heiligen Geist. Wie macht man denn das? Das heißt, durch Gott selbst, durch den Heiligen Geist, er ist ja Gott selbst, der dreieinige Gott, der in uns wirkt, dürfen wir ein Gespräch mit Gott führen. Und der Heilige Geist lehrt uns, so sagt Paulus es in Römer 8, dass wir Papa sagen, aber, lieber Vater, das ist ja fast unverschämt. Darf ich so vertrauensvoll mit Gott reden? Ja, darf ich. Voll vertrauen. Und deshalb muss ich Gott auch keine Vorträge halten. Ich darf so sprechen, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Und manchmal habe ich gar keine Kraft, ganze Sätze zu formulieren, sondern ich stöhne einfach und sage im Satzfetzen, mal aus Freude und mal unter Tränen. Und manchmal sage ich, ich weiß gar nicht, was ich beten soll. Und da heißt es im Römer 8, der Heilige Geist vertritt uns bei Gott. Er seufzt für uns, das Beten im Heiligen Geist. Ja, nutzen Sie beides. Lesen Sie Gebete im Gesangbuch und in der Bibel, Psalmen. Beten Sie in der Gemeinschaft, im Gottesdienst. Aber beten Sie auch ganz persönlich in der Stille. Und ich empfehle Ihnen sehr, beten Sie mit anderen Christen. So, da sitzen wir wie Geschwister um den Tisch des Vaters und dürfen von Herzen miteinander beten. Und wir hören dem Gebet des anderen zu und sagen unsere Armen dazu, um zu sagen, ja, ich trage das mit, was du jetzt dem Vater sagst. Also betet im Heiligen Geist. Und dann heißt es hier, fünftens, bleibt an der Quelle der Liebe. Vers 21. Und erhaltet euch in der Liebe Gottes. Wie macht man denn das? Erhaltet euch in der Liebe. Bleibt richtig dran. Ja, wir brauchen, Liebe ist ja nicht ein Gedanke. Liebe ist ja, ich empfange es, wenn ich mich öffne. Wenn mir, meine Frau sagt, ich liebe dich, dann kann ich mich verschließen und kann sagen, interessiert mich nicht. Wäre ja blöd, wenn ich das täte. Ich öffne mich und sage, ich liebe dich auch. Ich danke dir. Und dann merkt man, wie die Liebe ins eigene Leben strömt und wie sie eine Kraft wird, die uns verwandelt. Die Liebe Gottes empfangen wir, indem wir leere Hände ausstrecken und sagen, ja, danke, was du für mich am Kreuz getan hast und dass ich dir so wichtig bin und dass du mich nicht aufgibst und dass du Geduld mit mir hast und dass ich immer wieder neu anfangen darf. Ich danke dir dafür, indem ich dafür danke, nehme ich diese Liebe in mein Leben ran und sie wird zu einer Kraft, die mich stärkt, die mich froh macht und die mich verändert. Vor gut tausend Jahren hat der Gründer des Zisterzienser-Ordens, Bernhard von Clairvaux, ein wunderschönes Bild gebraucht. Er hat gesagt, unser Leben ist wie eine Schale. Gott schüttet seine Liebe hinein. Wir sind nicht nur ein Rohr, in das er die Liebe hineinströmen lässt und strömt es durch. Wir sind eine Schale und diese Schale wird gefüllt bis zum Rand und dann fließt sie über, weil er weiter füllt. Und wenn es überfließt und andere es davon empfangen, dann wird die Schale selber nicht leerer. Beim Rohr ist es so, da fließt es durch und ist weg. Bei der Schale ist es so, sie wird gefüllt und sie fließt über. Das es bleibt an der Liebe Gottes. Empfangt es für euch. Der Glaube ist nicht ein Verwahrheit, es ist nicht eine Tradition, eine tote Tradition, sondern sie ist eine Liebesbeziehung. Voller Vertrauen, voller Liebe. Da kann ich meinen Kummer sagen, da erfahre ich diese Freude und diese Inspiration. Das macht mein Leben frisch und frei. Aber ich darf sie auch weitergeben, ohne dass ich selber arm werde. Durch Weitergeben werden wir nicht ärmer. Es ist Überfluss. Also, bleibt an der Quelle des Lebens. Und das Sechste ist, seid Hoffnungsmenschen. Seid Hoffnungsmenschen. Da heißt es hier in Vers 21, also erhaltet euch in der Liebe Gottes und wartet auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Das ist jetzt die Zukunftsperspektive. Wir erfahren jetzt, dass er uns liebt. Wir sind jetzt gewiss, ich bin ein Kind Gottes und gehöre zu ihm. Aber das ist noch nicht alles. Wir freuen uns, dass wenn wir, wenn Jesus wiederkommt oder wenn wir hier die Augen schließen und sterben in dieser Welt, dass wir ihn sehen und verwandelt werden. Ich finde das in dieser Zeit besonders wichtig. Ich weiß nicht, wie es in Ihrem Land ist. Bei uns ist viel, viel Angst wegen dieser Corona-Seuche. Menschen sterben. Was? Man weiß nicht, woher das kommt. Und wenn man Angst vor dem Sterben hat, dann geht einem auch der Mut zum Leben verloren. Dann kriegt man plötzlich Panik. Denn wer nicht getrost sterben kann, wer keine Hoffnung hat, über die Todesgrenze hinaus, der steht mit dem Rücken zur Wand. Der muss sagen, um jeden Fall, das muss ich verhindern. Der Tod, das ist der größte Verlust. Der macht mir alles kaputt. Der nimmt mir alles, was ich habe und was ich liebe und was ich bin. Das darf auf keinen Fall passieren. Dann bin ich so froh, dass der Paulus, der Jesus kannte, sagt, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Das ist der totale Gegensatz zu dem, was man in Europa heute glaubt. Manchmal habe ich den Verdacht, auch die Christen in Europa glauben, Sterben ist der Totalverlust. Das ist alles, natürlich wollen wir an Gott glauben, aber das muss man auf jeden Fall verhindern, auf keinen Fall sterben. Ja gut, das Sterben ist auch eine schwierige Situation. Wir lassen geliebte Menschen los und auch der Sterbeprozess kann manchmal schwer sein. Aber Paulus sagt, er war auch in einer sehr schweren Situation im Gefängnis und wusste nicht, wie es ausgehen würde und was sie ihm antun und sie haben ihn dann ja umgebracht auch. Und er sagt, okay, ich will nur eins, Jesus Christus soll groß werden in meinem Leben. Er soll verherrlicht werden, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist Gewinn. Das heißt, jetzt habe ich das volle, pralle Leben durch Jesus in der Gemeinschaft mit Gott. Und wenn ich sterbe, gewinne ich. Ja, was denn? Warum sagen alle, du verlierst alles? Du verlierst das Leben, die Gesundheit, die ich gewinne. Ich werde Jesus sehen, wie er ist. Er wird die Tränen abwischen. Ich werde in einer Gemeinschaft mit ihm sein, in der Gerechtigkeit wohnen, so heißt die Offenbarung am Ende. Krankheit, Schmerzen und Tod werden nicht mehr sein. Ich werde mit ihm regieren, sagt er. Das wird ein dynamisches, starkes Leben sein, ohne Leid und Not, aber voller Freude und Siegesherrlichkeit. Wir werden gewinnen. Und deshalb sagt Paulus, es fällt mir schwer zu wählen. Ich hätte lieber mit der Lust abzuscheiden und mit Christus zu sein, was viel besser wäre. Aber wenn es nötig ist, dass er mich hier haben will, dass ich noch arbeiten soll, für euch will ich das auch gerne tun. Denn wer getrost sterben kann, der kann auch mutig und zuversichtlich leben. Und wenn wir eins in Europa heute brauchen, dann das. Auch in den Gemeinden. Sind Sie gewiss, wohin Sie gehen, wenn Sie die Augen schließen? Können Sie mit Paulus sagen, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn? Dann werden Sie erleben, dass Sie zuversichtlich auch in schwierigen Zeiten leben können und die Aufgaben anpacken und kämpfen, auch wenn das nicht alles Zuckerschlecken ist. Also, seid Hoffnungsmensch. Es gibt noch zwei Punkte, die nicht unwichtig sind. Das siebte ist, rettet Menschen. Das heißt also, erbarmt euch derer, die zweifeln, reißt andere aus dem Feuer und rettet sie. Das heißt, Judas sagt, kämpft jetzt nicht nur, dass euer Leben, euer Glaube in Ordnung bleibt und ihr fröhlich bei Jesus bleibt und euch nicht abbringen lassen, sondern ihr habt eine Verantwortung für andere. Habt ein großes Herz für die Zweifler. Redet mit ihnen, betet für sie, stärkt sie und die Zweifler gibt es innerhalb der Gemeinde. Es ist nicht immer alles so sicher. Erbarmt euch über sie, stärkt sie und rettet andere aus dem Feuer. Es gibt Millionen Menschen in Europa, die Jesus nicht kennen und die in Ewigkeit verloren gehen werden, weil sie im Gericht Gottes keinen Retter haben, Jesus, der für sie gestorben und auferstanden ist. Und unsere Verantwortung als Jesusleute ist es, dass wir ihnen sagen, Jesus ist der Herr. Rettet sie, heißt er, reißt sie, reißt sie aus dem Feuer. Das ist eine starke Frage. Es geht nicht um ein bisschen mehr Religion. Reißt sie, es ist eine Lebensrettungsaktion. Wie steht es in ihrer Gemeinde? Wie steht es in ihrer Kirche? Spielt Mission, Evangelisation, Verkündigung des Evangeliums von Jesus an Menschen, die ihm noch nicht nachfolgen, spielt das eine Rolle? Haben sie das auf ihrer Liste ganz oben? Ich habe erlebt in der Slowakei, dass wir Veranstaltungen hatten, wo wir solche Botschaft gesagt haben und erlebt haben, wie Menschen umgekehrt sind und zu Jesus gekommen sind. Machen sie das weiter. Das ist ihre Berufung als evangelische Kirche in der Slowakei. Dazu sind sie da, nicht für sich selber. Nicht, dass sie selber noch weitere 100 Jahre leben, sondern, dass sie das Evangelium sagen, dass Menschen gerettet werden und Zweifler gestärkt werden. Und dann ist das Letzte hier noch, das Achte, hasst die Sünde. Kurzer Satz heißt hier in Vers 23, und hasst auch das Gewand, das Beflecktes vom Fleisch. Zu einer umständlichen Redeweise will ich gar nicht lange erklären. Es ist die Sünde, alles das, was Gott nicht gefällt, von Lüge, von Habgier, von Ehebruch, von Neid, von Macht dir, das ist Schmutz, das unser Leben so dreckig macht, dass wir zu Gott nicht passen. Er sagt, Judas, hasst das. Das sollt ihr hassen. Das passt nicht dazu. Hass die Sünde. Ich habe mir sagen lassen, sie feiern ja jetzt nicht nur 100 Jahre bestehende evangelischen Kirche in Slowakei, sondern sie haben ja auch ein 500 Jahre Jubiläum. Vor 500 Jahren, so habe ich mir sagen lassen, wurde zum ersten Mal im Bereich der Slowakei die 95 Thesen von Martin Luther vorgestellt in einem Gottesdienst in einer Predigt. Die 95 Thesen, der Anschluch in Wittenberg an die Kirchentür, werden sie nicht alle kennen. Aber die erste These heißt, da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße, hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein soll. Ja, das ist es. Vor 500 Jahren zum ersten Mal richtig in der Slowakei verkündet. dass die Antwort auf das Evangelium von Jesus heißt, Umkehr, mit der Sünde brechen, Vergebung der Sünden durch Jesus empfangen, Gnade, mit leeren Händen im Glauben annehmen und so gerecht und gerettet werden. Hass die Sünde, brecht mit der Sünde, bringt sie zum Kreuz, nehmt das neu ernst. Ich frage zum Schluss, wie wollen sie dieses Jubiläum feiern? Wollen sie jetzt ein Monument enthüllen und dann Denkmäler machen und Stein in Stein? Wenn unsere Jubiläen nur bedeuten, dass wir die Asche von früher behüten, dann hat das nichts mit dem Leben zu tun. Jesus will, dass das Feuer brennt, das Feuer des Wortes Gottes, das Feuer des Heiligen Geistes, unser Leben verändert, unsere Gemeinden verändert, unsere Kirchen erneuert und dass aus der evangelischen Kirche Slowakei etwas ausgeht für das ganze Land und für Europa. Jesus ist der Retter und Jesus lebt. Ich wünsche Ihnen von Herzen Gottes Segen und gratuliere Ihnen zu diesem Jubiläum. Auf Wiedersehen.